Jetzt zurück Malte und Patrick Geht auch hinten Ich war doch da am 16 gestanden Ich hab gedacht der macht ein Eigentor halt Und vor Schuss 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 Vor! Vor! Sehr schön Schön Mitte Mitte Ja Egal komm noch 2 Minuten 2 Minuten noch Schön Oh scheiß ich hab den nicht gesehen Das sieht doch eh nicht aus wie der Schiedsrichter Aber egal weiter Jawoll Jawoll Ich bin nicht mehr so schnell Ich bin nicht mehr so schnell Jetzt! Jetzt! Ohhhh Schneller wäre das perfekt gewesen Egal super Schlauch schon auf Zahnfleisch Kommt weiter 2 Minuten Verlängerung Ich bin hinten Ich bin hinten Ich bin hinten Ich bin hinten Jawoll Abschluss 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 Jawoll Und weiter es geht noch weiter Noch ein bisschen mehr Zeit Ja lass mal Ball hat Köpp den Ball schon weg Jawoll 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 Hätte sogar 2 Minuten ausgehen können nach dem Schuss am Ende noch Der hat noch reingehen können Ach Vorsten Toren oder Autos die heal evt niracht Du komm mal die top spielerliste wer ist bei euch bester spieler oder bin bei mir bin ich bei mir bin ich ja ja bei mir ist aber ganz oben muss ich auch gleich mal gucken das steht ja immer was scheiße jetzt packt mein fifa rum jetzt kommen nicht mehr rein ins spiel der anderen verteidiger sogar 6,9 die sind sicher zu beschimpft zu werden müssen alle in eine reihe stellen total ausgeglichen je eine ecke je eine verletzung ein foul weil kämpfer mir 14 zu 11 war bis jetzt 53 47 schüsse aufs tor je 2 und bis 6 zu 5 ja patrick dann geh mal unter spielerbewertungen und sagt mir werden tor und so weiter hat eine gelbe karte und so weiter er gut ist es egal wo hast du gelben gibt es keine dann spieler des tages kurz auf toilette des tages robin und bin haben beide 6,8 bei mir das 6,8 spieler des tages bei mir hat bei mir hat robin 8,2 ich habe 8,2 ich habe 6,5 bei meiner bewertung bei jedem anders deswegen ist das schwachsinn die bewerbung bei mir habe ich 9,7 ich habe 6,8 bei robin ich habe 9,7 bei mir 7,4 ich habe 9,7 bei mir dann schreibe ich keine rein das geht nicht schreibe als kommentar drunter irgendwie spielerbewertung zu unterschiedlich oder so dass die systeme überdenken sollen das ist ja scheiße sonst jetzt geht das wieder los was ist ach denn hier komisches torschützenliste da bin ich nicht mehr drin weil es ne neue saison ist jetzt ist die ganze dieses format wieder falsch meine fresse was noch witziger sind als das spiel wir gehen das muss man da ein bisschen leerzeichen wer hat sich sein dringend auf den Weg ne